Im Januar, nach der mitteligen Bürgsmeisterschaft, kam ich nach Hause von meinem Einsatz, meldete mich also beim BAN, bei der obersten Dienststelle der Hitlerjugend ab und berichtet über den Einsatz. Und da kam dann eine gut mir befreundet aus dem Stab, das war die Zwarbruder, zu mir und sagte, Ulrich, du bist der Nächste. Mir sagte sie, Zwarbruder, das heißt auf Deutsch Freiheit. Soll man jetzt wirklich merken, Zwarbruder bedeutet Freiheit, das wusste ich damals und sie war eigentlich in Böhmen oder Tschechien, war aber eine hohe BDM-Führerin. Sie warnte mich, denn die Fusillierung fand an der Kasernmauer statt, da wurde einer nach dem anderen vom Wehrbezirkskommando erschossen, als der 20. Juli, der passiert war und man immer jetzt aufrollte, wie sind die Zusammenhänge, wer hatte damit etwas zu tun, wer war sozusagen in dieser Anti-Hitler-Koalition innerhalb der Wehrmacht irgendwie beteiligt und betroffen. Und da sagte sie, irgendwie führt jetzt die Spur zu dir, das war ihr Hinweis. Und ich war damals Bahnhofskommandant von Trautenau, musste also darüber befinden, welcher Munitionszug durchgelassen wird, weitergeführt wird, welcher verwundeten Zug wird versorgt, welche Schwerverletzten werden ausgelagert aus dem Zug und kommen in umliegende Krankenhäuser und dergleichen mehr. Das war meine Aufgabe auch, die ich als Fälscher hätte meistern können, aber ich bestimmte, welcher Zug weiterfahren darf, welcher Vorrang hat und brachte dadurch einen normalen Fahrplan durcheinander. Aber ich hatte dafür zu sorgen, dass die verwundeten Züge versorgt wurden, die Vertriebenen oder die Flüchtlingszüge, Schwangere mussten aus den Zügen rausgeholt werden und mussten versorgt werden. alles war meine Aufgabe. Die habe ich, weil ich ja nun alles mit Stempeln hatte, habe ich mich also abgesetzt, bin praktisch desertiert. Und was war die Verbindung von Ihnen zu den 20. Juli-Attentitern? Das, was ich mir nur vorstellen kann, dass die Leute, jeder war ja irgendwo ein Rädchen, um Sand in das Getriebe zu machen. Ich habe also verhindert, dass die SS dort den Erfolg haben konnte, den sie haben wollte. Ich habe also gegen die SS gearbeitet und irgendeiner muss ja gesagt haben, unter Tortur, jeder hatte ja nur unbedingt einen Kontakt mit zwei, drei oder vier Leuten mehr, keiner. Ich kannte keinen Stauffenberg, ich habe das nur aus dem Radio erfahren. Ich habe ja heult, als ich hörte, dass der Stauffenberg misslungen ist, weil es ja übers Radio kam. Da war ich gerade auch in einem Fertschereinsatz in einem Kloster, das als nationalpolitischer Bildungsanstalt umgefunktioniert worden war. Und da musste ich also für die, die dort sozusagen indoktriniert wurden, die musste ich also sozusagen feldschirmmäßig versorgen, wenn da was passiert. Und Sie sind dann aufgrund dieser Warnung, haben Sie sich abgesetzt? Da habe ich mich selbst zum Zugkommandanten ernannt und als den Flüchtlingszuges und bin abgefahren Richtung Westen. Und im Bereich vom Kommontau wurde der Zug angehalten, vom SD umstellt und dann wurden alle Deserteure, oder die man als Deserteure betrachten konnte oder wollte, auf Busse verbracht und wurden in ein Lager gebracht. Ein Schutzhaftlager. Das war bei Kommontau. Und in dem Lager kam ich dann vor ein Sondergericht, das urteilte über mich. Und die kamen zum Entschluss, ich habe also, weil ich ja in Uniform war, als Heereshelfer, ich bin gesortiert. Ich habe mein Papier, das ich mir selber ausgestellt hatte, hatte ja eine Unterschrift, die war meine. Das hatte ja auch Stempel, das waren ja die Stempel, die ich offiziell hatte. Aber die haben mich dann zum Tode verurteilt. Und da ich noch nicht ganz 16 war, wurde ich dann begnadigt, zu lebenslangerhaft in den Ukrainian Minen von Aue. Da wollte ich nicht hin. Und leben bleiben wollte ich auch. Und am vierten Tage kam dann ein Überfall durch tschechische Partisanen auf dieses Hilfs-KZ. Und vier von uns konnten fliehen. Und diese vier sind dann mit diesen Partisanenleuten durch den Wald davon getrabt, bis zu einer Bahnstrecke. Und da die Züge alle von tschechischem Personal funktionierten, die Deutschen Reichsbahner mussten ja woanders kämpfen als Soldaten an der Front, wo immer die auch war, beziehungsweise mussten die Züge nach Auschwitz fahren oder was weiß ich, weil da möglicherweise ja die Tschechen nicht gemacht hätten oder nach Theresienstadt. Aber der normale Zugverkehr, der lief mit tschechischem wahren Personal. Und der fuhr dann langsam, das war alles abgesprochen und wir sind aufgesprungen und waren dann weg. Und die Hunde, die wir hinter uns hörten, die konnten uns nicht verreißen. Und damit bin ich in die Nacht hineingefahren nach Chemnitz, als der Angriff auf Chemnitz stattfand. Und der war vor Dresden. 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 Dresden.